Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab April 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Ludenberg. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von circa 50 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 800 Euro pro Monat. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.